Hallo, wir sind das Region Lachenfeld. Wir haben die Kernfallmeisterschaft gewonnen und freuen uns auf die Bundesmeisterschaft. Das ist unser Team. Ich bin Lothar Lippitsch und spiele Auslandgriff und bin eben Kapitän von unserem Team. Ich heiße Maja Neuner von Spiele, die Position Mitte. Ich bin die Cora und ich spiele als Ausspieler und Mitte. Ich bin die Ina Schmid und spiele Außenangreifer. Ich bin Lilianke und ich spiele Außen. Ich bin die Alicia Restowitsch und spiele Außen. Ich bin die Leticia Kohler und spiele Außen. Hallo, ich bin die Laura Fischer und ich bin Ausspielerin und für die Bundesmeisterschaften bin ich Mittelblocker und ich freue mich schon sehr darauf. Ich bin die Lina Dame und spiele Mitte. Ich bin die Emilia Friede und spiele Ausspieler und Mitte. Ich bin Emma Moser und ich spiele manchmal überall 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 oder außen. Hallo, ich bin Isabella Hanneschläger und ich spiele auch Spieler. Ich bin ich im. Vielen Dank.